Alle Spiele der BQBWL, live und on demand, nur hier, nur hier, und hier, und hier, und hier. Welcome Basketball! Jetzt mit NBA und unseren EuroCups. Doch dann lief plötzlich ein Mann heiß, der sonst von der Bank nur kommt und wenig produziert. Hier, der erste Dreier von unglaublichen vier erfolgreichen Dreipunktwürfen von Robert Kulawik in Folge. Völlig blank gelassen von draußen und er mit zwölf Punkten innerhalb von einer Minute und 40 Sekunden und richtig on fire aus der Distanz. Das Spiel gedreht, plötzlich die Gäste, dank Robert Kulawik und seinen Dreiern in Führung. Sieben der Rückstand, doch die Antwort, sie kam und sie kam natürlich wieder von Robert Kulawik. Er in dieser Partie insgesamt mit sechs erfolgreichen Dreiern bei sieben Versuchen, 18 Punkte, persönliche Bestleistung für ihn in dieser Saison. Schau mal, so schnell vier Dreier in Folge in einem BBL-Spiel gemacht, ich glaube nicht, oder? Nein, die Jungs haben mich gut gefunden, muss ich sagen. Und wenn man als Schütze ein, zwei trifft, ja, dann hat man, glaube ich, das grüne Licht, den Dritten dann drauf zu knallen und dann gilt man als heiß. Und ja, die Jungs haben mich gut gefunden und ja, ich musste nur reinmachen. Und ja, die Jungs haben mich gut gefunden und ja, die Jungs haben mich gut gefunden und ja, die Jungs haben mich gut gefunden,